kommt mal an leute also für die von euch die sagen ich fahr motorrad und will meinen frieden meine freiheit haben und kommunikation ist so gar nichts für mich jetzt abschalten und vor allem auch nicht kommentieren diese kommentare kennen wir schon für alle die von euch die sagen hey da will ich mich mal informieren was geht denn da so und vielleicht werde ich ein bisschen neugierig ein bisschen heiß darauf unbedingt dranbleiben denn es geht jetzt um kommunikation auf dem motorrad und weil ich mich da so gar nicht auskenne habe ich mir eine expertin eingeladen und deswegen hallo patricia kommen wir ins bild das ist patricia meine kollegin aus der akademie und um das klischee mal zu bedienen ich bin mann kommunikation ist nicht so meins das ist eine frau 5000 wörter in den ersten stunden am tag schon und deswegen muss das natürlich alles raus und da hat sie natürlich auch geballtes wissen und wie ihr hier sehen könnt liegen hier auch schon ein paar gerätschaften auf dem tisch wir gehen einmal durch das aktuelle louis sortiment mit ausgewählten gerätschaften richtig ja es geht um kommunikation also die unterhaltung auf dem motorrad und alles was da noch so dran hängt und was damit zusammenhängt und wir gehen natürlich durch alle preisklassen durch und ihr wisst preise sind natürlich auch mal so ein ganz kleines bisschen variabel die regie mal ja blendet die preise gleich entsprechend zum jeweiligen produkt ein lange rede kurzer sinn es geht los welches gerät ist das erst über welches wir jetzt sprechen genau das erste worüber wir sprechen liegt schon gar nicht hier denn das habe ich für euch eingebaut das ist ja kaum ist die kamera an macht er den netten genau das erste gerät haben wir eingebaut und wie ihr seht seht ihr erst mal nicht viel das ist nämlich das schöne mali komm doch mal hier richtig ran auf meter das einzige was hier zu erkennen ist ist gerade das mikrofon so und ich zeige euch jetzt mal denn das ist wirklich richtig richtig praktisch ihr habt das innerhalb von ein paar sekunden ein und auch wieder ausgebaut denn viel mehr als die beiden kopfhörer mit dem kabel und dem mikrofon ist es gar nicht wie heißt das gerät das gerät heißt twins also das beziehungsweise die marke ist twins in dem fall ist das hier das hf 3 hf steht übrigens für hands free weil ihr macht ja alles mehr oder weniger über dieses ding hier genau und das einzige was jetzt noch im lieferumfang mit enthalten ist sind halt die klebepads für die ohren ein kleiner nachteil bei diesem gerät ist wenn ihr euch das mal anschaut die kopfhörer die sind relativ dick also mit segelohren wird schon schwierig oder ihr habt eine besonders tiefe aussparung im helm gehen wir zur hand an dieser stelle hier da hinten könnte das sehen ist im styroporkern des helmes so eine leichte vertiefung drin hier in dem fall relativ großflächig aber mit keiner so großen einbautiefe und jeder helm ist an dieser stelle auch ein ganz kleines bisschen anders das heißt für euch da draußen wenn ihr interesse an diesem gerät jetzt speziell habt schaut doch mal in euren helm rein wie ist es da am ohr wenn das natürlich ein relativ alter helm schon ist dann kann es im endeffekt auch mal sein die sind noch gar nicht für kommunikation vorbereitet da kann es so eine vertiefung unter umständen gar nicht geben dennoch gerne mit in die louis filiale nehmen das gerät mal reinlegen helm aufziehen und wenn da nichts drückt herzlichen glückwunsch könnt ihr das natürlich gerne einbauen wenn es eine vertiefung gibt je mehr desto besser dann verschwinden die dinge einfach weit vom ohrwerk und dann ist das auch gut das ist jetzt aber alles von dem kommunikationsgerät da gibt es jetzt kein koffer noch den man sich an der seite ran macht wie das bei den normalen geräten eigentlich alles in dem ding alles hier drin integriert vollkommen richtig ein ladekabel ist noch mit dabei aber überraschung aber mehr tatsächlich nicht und wie gesagt nur einmal durchgeschleust durch den helm festgemacht thema erledigt und das ist das günstigste von twins haben wir auch noch mehrere im angebot www.luis.de wird es euch zeigen vielleicht mal ganz kurz noch zu den funktionen denn mit diesem gerät kann man auch schon zwei telefonen miteinander verbinden also zwei telefone mit dem kommunikationssystem vielleicht hast du ja auch ein firmentelefon und dein privates telefon also die kannst du anschließen oder telefon und navigation das funktioniert auch und du kannst sogar noch mit deinem partner freundin oder wem auch immer also einem sozius oder sozia allerdings auf dem gleichen motorrad sprechen also wenn die auch so ein gerät haben dann können die beiden miteinander kommunizieren warum hast du jetzt diese einschränkung gemacht die einschränkung habe ich gemacht weil die reichweite bei diesem gerät gerade mal 15 meter sind und 15 meter auf zwei motorrädern also ein bisschen doof werden wir würden uns wahrscheinlich trotzdem verstehen für dich brauchen kein kommunikationssystem übrigens wenn jemand mit patricia erfahren sollte er ist tatsächlich so ihr braucht das nicht weil sie laut genug und ihr werdet niemals sagen können von eurem helm der ist leise nein das nur mal so am rande falls immer in die verlegenheit kommt einfach jemand schreiben mit ihren runde drehen und dann kannst du hier auch weiterhin beraten total gerne also ist das ein gerät für fahrer und beifahrer auf einem motorrad und nicht jetzt für kumpel und kumpel die zu zweit und die jetzt simpel und einfach haben wollen muss man dazu sagen also ich zeige euch ja gleich noch ein bisschen was anderes das hier ist wirklich grundausstattung ich möchte etwas haben ich möchte musik hören dafür ist das wirklich super für zwei linke hände weil es ist schnell eingebaut astrein genau was wir immer vergessen glaube ich es gibt ja auch ein paar gespannt fahrer da draußen ist nicht immer nur sozius oder sozia sondern es gibt ja auch die die nebendran sitzen perfekt alles klar dann ist das die günstigste variante wie gesagt die regie blendet den preis ein was gibt es denn als nächstes oder womit geht es weiter hier was hast du mit wir haben also ich habe euch einmal die beiden berühmten marken mitgebracht wie showy schubert audi bmw gibt es auch bei kommunikationsgeräten zwei platzhirsche auf dem markt das ist einmal cardo und das ist einmal die firma sena ich habe euch jetzt hier zwei einsteiger modelle mitgebracht von dem cardo einmal das spirit hd und von dem sena das smh 5 das gibt es wohlgemerkt schon total krass seit 2012 auf dem markt ich wollte gerade sagen ich bin ja schon ein paar jahre bei dieser firma das ding kommt mir wahnsinnig bekannt vor genau ist der klassiker einsteiger modell reicht aber für viele aus und es ist alt bewährt und deshalb haben wir es auch immer noch im programm und ist auch tatsächlich nicht wesentlich teurer als jetzt das twin der vorteil von diesen beiden geräten zu dem twin ist sie haben in der verpackung nicht nur wie hier das ist ja ein schwanenhals mikrofon die werden am liebsten für jet helme oder klapphelme benutzt sondern sie haben auch noch ein kabel mikrofon oder hybrides mikrofon mit dabei welches natürlich im integralhelm deutlich schicker ist nur weil unsichtbar du hast hier vorne nicht ganz so ein dickes mikrofon ja und alternativ kann nämlich dann der motorradfahrer selbst entscheiden wenn er doch lieber ein schwanenhals mikrofon haben möchte dann nimmt das also die beiden sind ich würde fast sagen mittlerweile zu 90 prozent bei allen geräten immer mit dabei steht aber selbstverständlich immer mit auf der verpackung alles beim klapphelm geht ja auch nur so 1 oder ok alles andere wird schwierig dann wenn du die mechanik vorne hoch machen will dann ja geht bestimmt irgendwie aber es und cool irgendwann wird das kabel zu kurz was mir jetzt auffällt und das zieht sich ja auch ein bisschen durch diese modellpalette von karl und von sena ist dass ich bei karl immer sehe dass das hier eher so die tastenbedienung ist und wir kommen dann später noch zu den geräten bei sena da gibt es immer irgendwie so einen coolen ich finde das recht cool so ein drehknopf und woran ihr denken müsst ist ganz einfach nur auch die spätere bedienung und die macht ihr logischerweise mit dem handschuh und das auch noch mit der linken hand also wahrscheinlich die ungeübteste hand und da müsst ihr im endeffekt auch mal testen so ein kleines bisschen könnt ihr diese erhebungen das ist jetzt bei karl hier der fall um verschiedene funktionen zu bedienen könnt ihr die erfüllen oder ist das vielleicht euer favorit weil bei sena ist dann meist so ich kann dieses rädchen drehen ich kann aber auch achtung drauf drücken und dann zum beispiel so wie die enter taste zu drücken und das ist mein gott reine geschmackssache wie bei handys auch der eine steht auf die funktionalität der andere auf die probiert das gerne eben auch mal von der haptik aus ganz ganz wichtig spannend hast du gerade gesagt mit der linken hand warum denn nicht recht frage an draußen warum wohl rechts heißt ja nun mal gas geben und dementsprechend sind diese geräte und man hat ja hinter der kamera auch gesagt diese knödel die man dann am helm hat das sind genau diese teile hier die sich ja dann irgendwie hier an der seite befinden was bei dem twin jetzt schon mal nicht der fall war was euch aber hier immer wieder begegnen wird und da seht ihr schon den unterschied macht vielleicht den ein oder anderen helm auch gefühlt achten ist gar nicht so wild aber gefühlt weniger aerodynamisch das ist ein bisschen windschnittiger das vielleicht ein bisschen klotziger meine güte aber am ende zählt was die an spaß bringen und darum geht es jetzt so weiter im text genau und wozu wir gleich auch noch kommen werden es kann auch sein dass ihr diese tasten gar nicht immer alle zwingend benötigt bei diesen geräten würde ich jetzt auch sagen zum größten teil werdet ihr die noch brauchen wir kommen ja später noch zu anderen geräten also ich muss sagen ich benutze meine meine tastatur oder mein rädchen fast so gut wie gar nicht weil du einfach raus brüllst ich weiß ja nein weil im gegensatz zu dir mein gerät spricht auch mit mir das heißt das sind so jetzt nach dem twin auch die die einsteiger modelle kann ich die jetzt schon irgendwie von bike zu bike benutzen oder sind die auch auf sozius betrieb beide haben tatsächlich eine reichweite von 400 metern so und es wird auch gesagt ja zwei fahrer können sich damit verbinden also es nennt sich ja intercom für kommunikation heißt auch es ist gesagt 400 meter reichweite würde bedeuten wir könnten auch auf zwei unterschiedlichen motorrädern sitzen wenn wir dicht beieinander bleiben das ist aber immer nur geschrieben auf papier bzw bei idealen verhältnissen das heißt wenn ihr auf der landstraße bin ich habe keine bäume ich habe keine autos ich habe keine andere elektrizität oder bluetooth verbindungen dann kann es sein dass diese 400 meter reichweite erreicht werden ist ein lkw zwischen euch kann das schon wieder vorbei sein mit eurer kommunikation und bei diesen geräten würde ich persönlich immer empfehlen wenn dann sitzt ihr auf einem motorrad oder ihr rechnet damit dass ihr euch die hälfte der zeit nicht unterhalten könnt also so man sagt im endeffekt immer gerade strecke sichtverbindungen wenn das gewährleistet ist dann kommen auch diese werte tatsächlich zustande und die funktionieren auch aber alles andere stört halt immer ein bisschen so und dann habe ich ja eben schon gesagt ich muss nicht immer zwingend knöpfe drücken bei dem sena ist es zum beispiel so wenn ich das mit einem handy verbunden habe also alle geräte die jetzt kommen haben mindestens immer zwei bluetooth kanäle für handy und navigation oder zwei handys oder oder wenn euch jetzt einer anruft und ihr habt das handy mit dem kommunikationsgerät verbunden dann müsst ihr zum beispiel bei dem sena gar nicht mehr den knopf drücken um das gespräch anzunehmen sondern ihr könnt einfach annehmen sagen oder ein wort sprechen dann müsst ihr kurz warten damit die verbindung aufgebaut wird ja und dann könnt ihr direkt quatschen hat also den vorteil ihr müsst die hände gar nicht mehr vom lenker nehmen und das ist wirklich so was können die zwei hübschen denn noch naja sie haben auf jeden fall bluetooth verbindungen haben wir gesagt mit zwei handys oder einem navi sie aber auch zueinander ich quatsch mal ganz kurz rein das heißt diese 400 meter kommunikation intercom die funktionieren auch per bluetooth richtig genau okay genau bluetooth und das gab noch was schönes gesagt denn die standardfrage die in der filiale gestellt wird ist mein freund hat ein kardo muss ich dann auch ein kardo haben oder kann ich auch ein sena nutzen so und ganz lange wurde immer gesagt ja pass auf du kannst ein sena nutzen du musst es allerdings dem kardo vorgaukeln dass es ein handy ist also man konnte tatsächlich auch früher schon kardo mit sena pären hat aber immer so mittelgeil funktioniert jetzt ist es so und das achtung aber nur mit den neuen geräten dass man auch ein kardo mit dem sena über eine bluetooth verbindung die nicht als handy getarnt ist sondern eine normale bluetooth verbindung dass man die damit auch pären kann damit wird jetzt geworben nur da möchte ich auch sagen die reichweite ist aber nicht die gleiche das heißt wenn wir jetzt sagen hier haben wir 400 meter reichweite ihr verbindet diese beiden geräte dann ist die reichweite 100 150 und da ich ja eh am anfang gesagt habe wenn ihr die einsteiger modelle nutzt lieber auf einem moped da klappt es auf jeden fall bei zwei motorrädern wäre ich da raus ehrlich gesagt genau und wichtig noch eine sache wenn ihr eben genau solche fremdmarken oder auch untereinander verschiedene geräte miteinander verbindet die reichweite richtet sich immer nach dem schwächsten gerät also wenn 1 400 meter reichweite hat und das andere 1000 meter dann bohrt sich das nicht auf nein dann ist die gering der geringste wert natürlich die maximale reichweite das nur noch kurz am rande ok bluetooth haben wir schon gesagt stellt die verbindung her zum handy zum navi untereinander um dann miteinander zu sprechen bevor wir weiter gehen weil ich weiß ganz genau dass diese geräte die jetzt kommen noch so viel mehr können patricia erklärt gerne und ich weiß dass es außer bluetooth noch was anderes gibt sagt nochmal dieses wort genau hatten wir eben schon mal mesh mesh also ich habe vielleicht ihr da draußen auch ich habe eine sommerjacke und die hat eine menge mesh damit sie immer so durchzieht ist das das gleiche fast also da sind auch so gitternetzlinien das stimmt wohl denn es ist ein netz allerdings ist da ein bisschen was anderes mit gemeint das jetzt allerdings hier so ohne was aufzuzeichnen zu erklären das kriege ich nicht hin also zumindest nicht so dass ihr es versteht ob es mit meiner zeichnung versteht weiß ich nicht wir probieren so also darf ich vorstellen der unterschied zwischen bluetooth und mesh erklärt sich wie folgt bei bluetooth habe ich euch eben erzählt es wäre gut wenn es maximal vier teilnehmer wären also vier motorradfahrer fahren idealerweise auch noch in einer kette und dann muss man überlegen okay welchen fahrer verbinde ich denn jetzt mit wem und dann verbinde ich am besten total überraschend eins mit zwei zwei mit drei und drei mit vier und so sind irgendwie alle miteinander verbunden und können auch miteinander sprechen jetzt kriegen wir nur ein problem jetzt ruft bei drei die frau an komm sofort nach hause essen ist fertig drei verschwindet was passiert also die kommunikation untereinander ist abgebrochen das heißt alle ran fahren alle wieder neu paren und dann können wir eventuell weiter fahren und maximal vier biker jetzt kommen wir zum mesh bei mesh hast du biker 1 2 3 4 5 6 7 und noch viele viele mehr wie viele hängt immer vom gerät ab erzähle ich euch gleich was zu und die sind alle wie wir eben schon gesagt haben mesh in einem netz und solange die in diesem netz sind kann jeder erstmal mit jedem kommunizieren das ging hier oben ja auch noch aber wenn vier sagt er haut ab wird diese verbindung nicht unterbrochen und alle anderen können immer noch weiter miteinander kommunizieren und das coole ist sogar je mehr teilnehmer dazu kommen also wir nehmen jetzt hier noch acht und neun wunderschöner kreis je größer wird auch die reichweite denn jeder einzelne fahrer fungieren quasi als antennenmast also vier ist verschont vier kommt wieder zurück und vier kann sofort wieder mit allen anderen in diesem netzwerk telefonieren automatisch da muss man nicht automatisch genau so das mit dem mesh das habt ihr jetzt hoffentlich halbwegs verstanden damit ich euch aber noch ein bisschen mehr verwirren kann und ich ja so gerne male gibt es bei sena im mesh noch eine private gruppe und es gibt offene gruppen es gibt die gruppen ich glaube es ist kanal 1 bis 9 und wenn ihr jetzt in der privaten gruppe seid dann sind wir wieder hier ist fahrer 1 2 3 4 dann sind wir wieder in unserer welt seid ihr in einer offenen gruppe unterwegs oder auf einem offenen kanal das sagt ihr nämlich eurem gerät 1 2 3 4 7 9 und alle wählen beispielsweise kanal nummer 2 dann kommt jetzt von weit her den berg hinauf in eure richtung ein anderer biker der auch sena meschert und auch im kanal 2 ist und der kann dann hören was ihr alle gerade so zu berichten habt und kann dann auch seinen senf mit dazugeben das kann total witzig sein weil ihr euch auf einmal mit leuten unterhaltet die ihr überhaupt nicht kennt wenn ihr an der ampel steht oder oder wenn euch das auf den sack geht geht doch einfach zurück in den privaten modus so schön dass ich auch wieder da sein darf ich hoffe ihr habt von frau professor verstanden worum es da geht ich definitiv dieses mesh dieses netzwerk das setzt ja wahrscheinlich auch voraus erstmal dass ich natürlich ein gerät habe was das überhaupt kann nummer eins und zweitens auch dass ich wahrscheinlich im vorfeld irgendwie so ein paar einstellungen am gerät vollziehen muss weil sonst wird das ja nicht von ganz alleine funktionieren du hast auch mehrfach diesen diesen begriff schon pairing in den mund genommen um geräte miteinander zu verbinden das ist ja glaube ich dieser begriff dass die sich einmal sozusagen kennenlernen per bluetooth das sind ja alles einstellungen da habe ich ja gar keinen bock wenn ich schon angerödelt bin kurz vorm losfahren das alles zu machen richtig oh ja also muss ich mir irgendwie mit diesen gerätschaften und mit diesem mesh und wie viele teilnehmer im vorfeld mal beschäftigen also ich habe irgendwann mal gelernt mach das zu hause auf der couch in ruhe damit dann auch ganz ganz intuitiv funktionen an diesem gerät während der fahrt natürlich stattfinden können richtig absolut richtig und am besten wenn du noch mit jemand anderem fährst dann machst du das am besten direkt mit dem zusammen damit ihr nämlich auch eure geräte paren könnt hatten wir schon damit die sich kennen und damit ihr das auch einmal übt denn ich kann aus eigener erfahrung sagen im sommer bei 30 grad in der lederkombi eine halbe stunde neben dem motorrad zu stehen und versuchen diese geräte miteinander zu verbinden weil das mit der bedienungsanleitung lesen und so macht doch eh keiner oder macht ja eh keiner deswegen auf jeden fall nehmt die couch mit dem helm auf rene hat schon eben zu mir vorher gesagt was anderes braucht er nicht anhaben scheißegal aber entscheidend zieht euren helm an und übt das bevor er das erste mal damit auf den bock steigt unbedingt genau aber ich habe gleich mal ein ich glaube es gibt ja für viele dieser geräte auch apps also das heißt für das handy eine eine sozusagen eine steuerungs app wenn ich dann damit vertraut bin was so die grundfunktionen angeht kann ich in der app ja auch noch diverse sachen einstellen und da kann ich klicken und sagen was weiß ich von mir aus auch radio sender abspeichern verbindungen herstellen lauter leise das heißt dann habe ich ja sozusagen etwas was diese geräte nämlich von haus aus nicht haben wir haben kein monitor kein display ich kann nicht sehen ich kann hier drücken ich kann drehen ich kann hinten drücken aber was dann passiert das steht in der bedienungsanleitung die ich vorher nicht gelesen habe mit der app macht es aber deutlich leichter genau die app ist einmal oder meistens sehr intuitiv und tatsächlich ist auch in der app meistens immer noch die bedienungsanleitung sogar mit drin also selbst wenn es eine tiefer gehende funktion ist die ihr durchlesen wollt ist das meistens auch mit in der app hinterlegt sehr gut aber jetzt weiter hier im text nämlich du hast ja noch etwas mehr mitgebracht genau ich habe euch ich nenne ihn immer meinen persönlichen liebling mitgebracht und zwar das sena 30k warum mein persönlicher liebling ganz einfach preis leistung ist der oberkracher von dem was es wirklich kann und was es kostet vielleicht auch einmal so sieht es meistens auf dem foto aus das ist noch mal eine kleine antenne für die reichweite dann wahrscheinlich um das maximum rauszuholen oder genau dieses gerät kann sowohl bluetooth als auch mesh so und oft kommt dann die frage vom kunden oder die habe ich mir damals auch gestellt ich sag mal wenn ich jetzt zu zweit unterwegs bin kann ich das mesh ja auch schon nutzen ich kann ja aber auch bluetooth benutzen denn es ist auch für einen vierer bluetooth geeignet also ein vierer intercom geht auch mit der bluetooth variante warum soll ich denn das mesh nutzen und ich habe mich sowohl mit cardo als auch mit sena unterhalten also beide haben ein mesh und beide haben zu mir gesagt wir empfehlen bis zwei personen ist bluetooth eine gute option aber spätestens danach das mesh benutzen weil es einfach stabiler ist ihr habt auch ja dann als vorteil noch dass die ganzen bluetooth also ihr habt noch mehr bluetooth kanäle frei ob man die dann am ende alle nutzt ich sag mal realistisch hast du ein maximal zwei handys und noch ein navi dran wobei wir kommen noch zu den motorrädern aber was machen wir später also das gerät hat bluetooth und mesh in dem falle ist es so dass du bis zu 15 teilnehmern im mesh hier nutzen kannst und es hat eine sehr sehr geile funktion die die beiden einsteigermodelle nämlich noch nicht hatten und zwar ist das so genannte audio multitasking und die das ging muss eine frau sein muss eine frau sein was heißt das konkret audio multitasking bedeutet ich möchte meinem navi zuhören musik habe ich auch noch an wenn wir zwar unterwegs sind vielleicht will ich mich ja doch mal drei sätze kurz mit dir absprechen wo es hingeht dann habe ich irgendwie auf einmal drei sachen gleichzeitig auf dem ohr und früher war es so wenn du ein navi verbunden hattest und halt zum beispiel mit jemandem reden wolltest und du unterhältst dich und dann kam der kreisel dann bist du auf diesen kreisel zugefahren und das navi sagt dir natürlich an achtung in 500 metern kommt der kreisel was hat es aber getan es hat die die kommunikation zwischen uns unterbrochen das bedeutet also ich rede und rede will erzählen und das navi haut mir voll dazwischen und sagt in 500 metern der kreisel ich habe jede menge kreisel immer mit absicht gesucht und dann fährst du wieder ein stück weiter dann kannst du endlich weiter erzählen was auch immer du erzählen möchtest holst luft und sagt und übrigens in 300 metern kommt der kreisel und biege rechts ab und dann wieder rechts und du kommst überhaupt nicht mehr zum quatschen und in frankreich zum beispiel hast du nach einem kilometer das gleiche wieder von vorn und es kostet nerven das kann ich euch sagen deshalb audio multitasking ist die optimale lösung denn dein navi wird einfach nur etwas leiser gestellt aber es erzählt trotzdem noch mit dir und du kannst dich trotzdem noch mit deinem partner mit deinem mitfahrer oder wem auch immer unterhalten und das ist eine menge seelenfrieden das kann ich euch sagen alles klar ich habe eine frage gibt es eine zahl zu dem zu der reichweite mit mesh wenn ja nicht so im weg stehen würde könnte ich auch super gut auf meinen spick zettel gucken denn die ganzen zahlen kann ich mir auf keinen fall auswendig merken bei dem weiß ich allerdings 1,6 kilometer reichweite hat das wir kommen nachher noch zu anderen geräten dass die reichweite noch deutlich höher okay fakt ist aber wenn du sagst da können so viele leute in dieser mesh gruppe dann entsprechend mitfahren überlegt euch da draußen dann bitte auch braucht ihr das überhaupt andererseits natürlich auch wir haben jetzt schon ein paar einfachere gerätschaften vorgestellt überlegt euch auch im vorfeld schon mit euren kumpels zusammen mit wem auch immer ihr fahrt was braucht ihr denn weil aus dem twin das war das ganz am anfang das sehr sehr günstige könnt ihr nicht plötzlich irgendwie mesh gerät basteln wenn ihr plötzlich feststellt ich habe da bock drauf also das heißt dann müsst ihr gleich in eine andere stufe und andere klasse einsteigen das muss euch klar sein also mit den kumpels absprechen vielleicht brauchen wir ja auch so ein teilchen hier und dann könnt ihr vielleicht gleich einen runden umschlag machen und dann für alle das richtige kaufen das nur mal als kleiner tipp ausnahmsweise also mir fällt immer auf dass ich wenn ich im mesh war auch nur mit einer anderen person also zu zweit dass die qualität trotzdem wesentlich besser ist als wenn ich ein intercom führe ist das ja also das ist das was ich eben meinte also woran wird immer mit hochdruck gearbeitet an dem mesh ja bluetooth gibt es ja auch mittlerweile ich glaube wir sind bei 5.2 angekommen es war ja ursprünglich mal ich weiß nicht 3.0 oder noch kleiner die verbindung ist da deutlich besser und und deswegen ist gut jan dass du die frage nochmal gestellt hast was mir zum beispiel passiert ist ich habe ursprünglich mich verbunden mit meinem partner im bluetooth und dann habe ich irgendwann gedacht aber probier doch mal mesh aus und dann haben wir uns im mesh verbunden das heißt auf dem gerät existierten mehr oder weniger zwei verbindungen zu dem gleichen anderen gerät bluetooth und mesh genau und dann kann es einfach passieren dass sich das miteinander beißt deswegen wenn du mesh nutzen möchtest sei vorher dir ganz sicher dass ihr nicht schon bereits in der bluetooth verbindung seid wie kann man das problem losen bluetooth verbindung einmal löschen auf dem gerät entweder auf dem gerät oder übers handy und dann in mesh gehen und dann habt ihr diese sorgen definitiv nicht mehr gut die zeit läuft wir müssen hier ein bisschen vorankommen was ist denn das sieht doch exakt genauso aus hier kommen wir zum ja noch ist es ein aktuelles ich weiß es gibt schon bald wieder ein neues gerät von sena das ist das die 50er reihe und von der 50er reihe von sena gibt es einmal das s ein r also ein sena 50 s ein sena 50 r und ein sena 50 c blenden wir ein wichtig glaube ich beim r ist zu sagen was genau das er ist einmal mit tasten und deutlich schlanker und aerodynamischer und das c steht für camera da haben wir einfach eine integrierte kamera mit an dem sena gerät das nicht nur deinen ton aufnimmt wenn du quatsch also neben dem video was du drehst am helm sondern auch wenn du musik hörst ist das auch direkt mit also das heißt fahren quatschen landschaftsaufnahmen machen und den urlaubsfilm im endeffekt direkt während der fahrt mit aufzeichnen vielleicht nochmal kurz der unterschied zum 30er denn irgendwas muss ja können ist auf jeden fall die ton und klangqualität einmal vom mikrofon und bei den kopfhörern hast du bei sena einmal die harman karten kopfhörer mit dabei das heißt akustisch vom bass her geht das richtig nach vorn bei dem cardo edge komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen das ist quasi der ferrari von cardo hast du mittlerweile jbl jbl hast du verbaut das habe ich nämlich das genau also auch bei den hochwertigen geräten sind auch mittlerweile hochwertige kopfhörer mit dabei und das ist ja für den ein oder anderen auch immer relativ wichtig sehen die genauso aus wie von dem die sind ein bisschen kleiner und die haben wir noch ein pushy drumherum aber sind auch so zwei so teller die man sich dann in die aber deutlich größere teller tatsächlich auch der unterschied den es vom 30k noch zum zu der 50er variante ist wir alle nutzen ja irgendwie mittlerweile hey google oder hey siri die funktion bei den 50ern ist es tatsache direkt ein sprachbefehl also ich kann direkt sagen hey siri und mein smartphone wird angesprochen bei dem 30er ist es noch eine tastenfunktion also da muss ich noch drücken da kann ich diesen sprachbefehl nicht direkt sagen und du hast eben gefragt wegen der reichweite mal die 1,6 kilometer beim 30er zwei kilometer bei der 50er variante und eine sache noch das 50 er also das schlank schlankere modell hat einen kleinen nachteil dafür ist es halt schlank wenn ich das an den helm angebaut habe und es laden möchte dann muss ich mit dem ganzen helm zum ladegerät gehen denn das kann ich nicht mehr vom helm ab machen bei dem ist es so wenn du noch einen zweiten helm hast oder das laden willst nimmst du es einfach ab so wie jetzt steckst du an die steckdose und ist gut und dann kann ich es auch einfach an mein zweithelm klemmen mit einer anderen klemmvorrichtung genau das muss man vielleicht der vollständigkeit halber auch mal sagen das ist jetzt natürlich die halterung hier vom cardo nicht vom sena da gehört jetzt auch dieses edge hier dazu die besonderheit bei dem ist achtung das ist sogar eine magnet halterung also da schiebt man es nicht drauf sondern es rastet ganz ganz automatisch ein und diese halterungen und auch die headsets inklusive mikrofon gibt es bei jedem gerät immer auch separat und wenn ich dann eben mehrere helme zu hause habe integral helm vielleicht ein chat helm vielleicht ein club helm oder cross helm dann kann ich mir eben auch mehrere dieser halterungen inklusive audio kit in verschiedene helme einbauen und dieses gerät hier selbst also das bedienelement das was im ende für die kommunikation für die musik was auch immer sorgt wechsel ich einfach auf den helm den ich jetzt gerade tragen möchte erleichtert natürlich auch einiges perfekt genau so frage wie sieht es mit der wasserfestigkeit von solchen geräten aus darf man damit durch den regenschauer fahren oder besser sogar muss ich muss sauber machen richtig ja cardo wird damit die sind wirklich wasserdicht also damit kannst du auch ich glaube bis zu drei meter kannst du damit auch tauchen habe ich nicht vor nein hat hoffentlich keiner vor bei dem sena das ist nicht als wasserdicht deklariert sondern nur spritzwasser abweisend da musst du einfach nur darauf achten dass die ladebuchse wirklich zu ist wenn du fährst so und auch dann brauchst du dir keine sorgen machen was regen ist aber darauf achten die muss wirklich dicht sein genau das ist tatsächlich nur eine prüfungsgeschichte das heißt das sena darauf verzichtet das ding als wasserdicht prüfen zu lassen am ende ist uns doch allen klar wo sind die geräte angebracht außen am helm was machen wir motorradfahrer ja im besten fall bei sonnenschein fahren aber es gibt immer auch mal die witterung und fakt ist jeder hersteller würde sich in die nesseln setzen wenn wir das nicht aushalten würden und das mit diesen drei metern tauchen wenn mir das passiert habe ich glaube ich ein anderes problem als das hier die funktionieren draußen bei jeder witterung punkt macht euch keine sorgen sehr gut was ist das denn hier noch komisches sena ist das eine fernbedienung oder das ist ein sogenannter mesh adapter und jetzt kommt wieder unser kleines sena smh 5 ins spiel denn dieses sena hatte ja kein mesh so aber ich fahre halt immer noch mit dem rum weil ich bin da seit jahren mit zufrieden und warum soll ich mir irgendwas neues holen nur weil die kumpels hier alle mit ihren coolen mesch dingern durch die gegend fahren habe ich keinen bock drauf so da ich mich ja aber gerne mitteilen möchte ich bekommst mit kann ich das jetzt gerade nicht weil die alle in ihrem mesh unterwegs sind deshalb hat sena nur für uns den mesh adapter entwickelt und mit diesem mesh adapter wenn ich den mit meinem smh5 oder halt mit meinem bluetooth sena wenn ich die miteinander verbinde dann kann ich endlich hier mit meiner gruppe quatschen die im mesh sind also doch auf motzen an der einen oder anderen stelle was ich vorhin sagte was unter umständen gar nicht geht genau wie geht es entscheidend ist wenn ich jetzt ja noch meine drei mädels mitbringe und die wollen auch mit in die mesh gruppe jedes bluetooth gerät benötigt einen eigenen mesh adapter aber dann ist es kein problem das leuchtet ein okay dann haben wir jetzt hier so ein paar gerätschaften durchgesprochen ja noch das kabel so ein bisschen nebenbei erwähnt und hier vielleicht auch noch mal bin mir vor uns ganz kurz auf diese bedienung hier eingegangen hier immer dieses schicke drehrädchen auch mit enter knopf in der mitte bei kardo habt ihr hier zumindest drei tasten da kann ich aus eigener erfahrung sagen die lassen sich schon ganz gut erfüllen und es gibt auch hier ein rad und auch das hat so eine enter funktion und das hier und das betone ich noch mal sind wirklich eigenschaften oder funktionen die müsst ihr auswendig lernen weil auf dem motorrad müsst ihr eben wissen was passiert denn wenn ich jetzt hier unten zweimal klicke das ist zum beispiel hier einmal anruf annehmen unter umständen oder hier dann vielleicht auch den titel weiter skippen wenn ich wirklich musik anhören sollte da sieht man renne hat die bedienungsanleitung nicht gelesen von diesem gerät denn die hochpreisigen geräte da müsst ihr gar nichts mehr klicken da könnt ihr auch einfach sagen hey kardo spiele nächsten titel oder hey kardo rufe mama an muss da gar nichts mehr drauf drücken man kann auch einfach damit reden aber okay dann muss ich vielleicht noch mal gucken jetzt sind wir aber genau mal hier hat es vor uns ganz kurz so genannt bei diesen knödeln also das sind diese teile die inklusive halterung immer hier auf der linken seite des helmes zu sehen sind was ja wenn ich mir einen geilen helm kaufe auch oft mal dafür sorgt dass mein schicker neuer helm ja optisch wenigstens ein ganz kleines bisschen entstellt wird dann gibt es natürlich noch die option was lässt sich das überhaupt an der helmschale befestigen egal ob klemmen oder kleben lasst euch da eine louis filiale einfach mal beraten ist es überhaupt möglich kann ich befestigen gerade wenn ein helm der sonnenblende hat gibt es ein paar schwierigkeiten jetzt gibt es aber auch und deswegen über den ja noch mitgebracht helme dafür wurden speziell kommunikationssysteme entwickelt nämlich bei dem schoey gtr 3 hier genau hier ist ein so genanntes srl 3 verbaut hier hast du die steuereinheit hier ist der akku und wenn ihr so schaut wie ihr seht seht ihr nix das ist einfach mal komplett mit im helm integriert total geil sieht keiner ist auch ein sena in dem falle also ist jetzt auch kein großes geheimnis ich kann euch gerade nicht sagen ob es das sena 30 von der funktion ist oder sena 50 findet ihr bestimmt bei uns auf der homepage überraschung könnt ihr danach lesen also ist ein voll funktionstüchtiges kommunikationsgerät wie auch als wenn ihr euch hier knolli an hell macht nur dass es eben perfekt auf diesen helm abgestimmt und angepasst wurde und das ist auch der riesen vorteil das finde ich immer den hier kann ich flach auf den tisch stellen wenn ihr so ein teil dran habt der steht immer schief weil halt diese halterung da dran ist das ist aber ja so ein bisschen optik jetzt haben wir noch hier unsere regelkonformen zuschauer bestimmt dabei die sagen wie schaut es aus denn gerade der schoey gtr 3 hat ja schon die neueste helm norm ich weiß gar nicht hast du das schon mal drüber gequatscht kann sein nicht weiter schlimm auf jeden fall ist der schon nach 2206 zertifiziert und dann kommt immer die frage auf wenn ich jetzt ein kommunikationsgerät also ein fremdes teil noch mit an den helm bastel gilt dann immer noch die zertifizierung und wenn wir jetzt in frankreich gucken würden dann könnten wir sagen nee die gilt nicht mehr denn da geht nur noch die zertifizierung mit einem kommunikationsgerät was integriert ist in dem falle dieses sl 3 also damit ist der helm offiziell zertifiziert das schöne ist in deutschland gibt es da nicht so wirklich ein gesetz zu das ist wie mit den schwarzen visieren die sind auch meistens immer nur mit dabei gepackt sind sie erlaubt sind sie nicht erlaubt hängt immer davon ab wer vielleicht vor der rennleitung steht rené muss halt stehen bleiben ich darf weiterfahren genau in anderen ländern dürfte ich vielleicht irgendwann auch nicht mehr weiterfahren also da wirklich immer schauen informiert euch einfach genau genau ich kann euch sagen in zukunft aber das dauert noch dann drehen wir noch ein neues video nächstes jahr in zukunft wird es auch externe kommunikationsgeräte geben die extra geprüft sind damit man sie an helm dran machen kann aber dafür muss auch der helm hersteller wieder eine besondere prüfung machen es ist alles very complicated aber im moment für uns noch nicht weiter relevant von daher warten wir damit noch ein bisschen ab und schauen was passiert wie gesagt in deutschland spielt sie keine rolle genau so lange hier bei uns fahrt könnt ihr damit gerne kommunizieren jetzt kann ich meinen schauer zettel aus weil am ende geht es jetzt auch noch darum ihr habt jetzt ein paar funktionen hier tatsächlich kennengelernt und auch die unterschiede zwischen den verschiedenen geräten und es gibt natürlich auch noch viele viele mehr am ende geht es ja aber darum was habt ihr denn eigentlich davon ein paar sachen habt ihr jetzt schon gehört und patricia hat ein paar genannt damit wir aber nichts vergessen mich noch mal ein bisschen was aufgeschrieben und wir gehen das jetzt mal ganz ganz kurz noch ein kleines bisschen durch sich miteinander unterhalten egal ob jetzt auf einem fahrzeug oder auf mehreren fahrzeugen scheißegal aber das funktioniert und das mir geht es jetzt darum dass ihr euch vielleicht auch wiedererkennt kennt ihr das wenn ihr dann eben gemeinsam fahrt und irgendwann dann anhalten und dann heißt es plötzlich hast du für uns dieses schicke schloss da gesehen oder die nette kneipe oder 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 ist aber schon vorbei das heißt ich kann hier jederzeit im endeffekt auch bescheid sagen weil ich kann man anhalten netten trink nehmen was leckeres essen was auch immer vor gefahren waren das ist genau diese meschnummer dann eben auch wenn man größeren gruppen fährt oder auch um den überholvorgang für eine ganze gruppe einzuleiten der eine sagt irgendwie achtung roter fiat linke seite das ist das letzte auto danach kommt eine riesenlücke herzlichen lückwunsch können wir alle irgendwie an dem hinternis vorbei klappt am berg übrigens hervorragend oder auch eben eine gefahrenstelle weil da irgendwie dreck auf der strecke liegt oder 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 das typische tankstellen pinkel pausen das ist das wo dann meistens der fahrer irgendwelche blauen flecken hat weil die frau irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte wenn sie denn kein kommunikationssystem hat oder der typ hinten aber ganz egal die essenspause sowieso vielleicht kennt ihr es auch der eine schafft es noch über die rote über die ampel drüber dann schaltet sie um auf rot und dahinter kommt nicht mehr durch dann könnt ihr haben wir gerade gelernt wo ist es zwei kilometer könnte dem hinterher brüllen dass er so bitte stehen bleiben sollen warten soll na super das hatte ich das halt musik hören sagt der ein oder andere von euch vielleicht auch nein brauche ich nicht immer auf dem motorrad im auto ist es standard einsteigen zündungen an musik läuft die muss ich noch nicht mal aktiv wahrnehmen die tütelt so ein bisschen hinten rum macht so eine fahrt wirklich deutlich angenehmer mit dem handy erreichbar sein und auch da ist es so ihr müsst ja nicht rangehen ja mittlerweile ist ja auch so dass diese gerätschaften teilweise je nach funktion auch ansagen können wer denn da gerade anruft und das ist tatsächlich für für jeden von euch der nämlich nach dem anhalten also wenn er ein päuschen macht direkt aufs handy guckt und guckt wer wollte mich denn erreichen wer das tut ist ein kandidat genau für das hier kann ich nicht mal ausreden na wie natürlich ob das eine handy app ist oder ein navi was ihr fest in der maschine integriert habt was ist heutzutage auch von herstellern schon fest integriert gibt bmw baut maschinen mit navis die haben normalerweise immer eine offene bluetooth schnittstelle könnt ihr also jederzeit mit koppeln stopp ich muss da halt noch mal rein also genau neue motorräder tft display ganz oft nicht nur zwingt navi sondern haben auch mittlerweile anderes hightech wenn ihr das telefon euer und euer motorrad mit dem kommunikationsgerät verbinden wollt dann geht das es wäre aber wirklich schlau eine reihenfolge einzuhalten deshalb verbindet das handy mit dem motorrad und das motorrad mit dem kommunikationsgerät nicht das handy mit dem kommunikationsgerät und dann irgendwie mit dem motorrad sondern der reihenfolge handy mit dem motorrad motorrad mit dem kommunikationsgerät so klappt es zumindest bei den meisten ich habe noch irgendwie ein spruch in erinnerung bei triumph ist es anders die fahren immer links rum am besten fragt aber euren händler die können euch das genau sagen und weil wir gerade bei irgendwelchen verbindungen sind zu irgendwelchen fremdgeräten es gibt ja auch die von euch die dann eben nicht mit so einem gerät herumfahren was vielleicht eine integrierte kamera hat sondern diese action camps werden irgendwo an der maschine angeschraubt auch da wollt ihr vielleicht eine verbindung herstellen um bei der aufnahme auch gleich noch zu kommentieren probiert das bitte aus und zwar wirklich ausgiebig testet das wie müsst ihr das einstellen damit es am ende sage ich mal auch eine sinnvolle aufnahme wird ich habe gehört bei der gopro 13 geht es mit den hochwerten hochwertigen geräten von sena und kardo insta 360 geht aktuell nur mit kardo mit dem edge ob mit den kleineren geräten weiß ich kann auch nicht okay das ist aber schon das ist dann für die für die influenza von euch da draußen oder die es wirklich übertreiben aber mittlerweile ist eine ganze menge möglich so und eine ganz ganz wichtige sache das ist das was mir das schmackhaft gemacht hat wenn ihr mit kindern tatsächlich motorrad fahrt da hinten drauf hocken es macht denen die fahrt deutlich angenehmer wenn ihr euch zwischendurch mal unterhalten könnt wenn ihr dann auch auf irgendwelche sachen die am straßenrand sieht aufmerksam machen könnt das reh auf dem feld es geht dann ums pinkeln gehen es geht ums essen es geht um man mir ist kalt und können wir mal eine pause machen das sind alles sachen die am ende den fahrspaß für das kind auch deutlich erhöhen weil es sich einfach mitteilen kann auch in der gefahr dass ihr die ganze zeit kommunikativ unterwegs sein müsst ihr die büchse der pandora sozusagen geöffnet hat aber scheißegal für die technik nerds unter euch kommunikationssysteme heißen dass man sich unterhalten kann nicht muss erstens haben alle geräte ein ausknopf aus versehen drauf gekommen oder in vorbereitung auf irgendeine tour wo mein gott schatz dein gerät habe ich vergessen zu laden naja dann machen wir das jetzt während der fahrt und ab der ersten pause können wir uns dann miteinander unterhalten optionen gibt es ihr müsst nicht die ganze zeit quatschen wo ist denn endlich dein ausknopf der kommt jetzt weil ich glaube wir sind ganz gut durchgekommen haben hoffentlich ein bisschen informiert das fachwissen stand hier es gibt noch deutlich mehr in die tiefe ja und das können wir hier an dieser stelle gar nicht leisten weil dieser film dann ewig lang wird und habt sowieso keinen bock mehr informiert euch selbst was ihr braucht was ihr haben wollt was ihr nutzen möchtet und wie ihr euch die fahrt einfach ein bisschen geiler gestalten könnt und da helfen diese geräte hier auf jeden fall wir haben bei uns auf der luis homepage wenn ihr nach den geräten sucht auch immer noch eine zweite seite ich glaube die heißt eigenschaften klickt da einfach mal drauf denn da habt ihr immer eine kompakte übersicht dann müsst ihr nicht am anfang diesen ellenlang standardtext lesen sondern klickt einfach auf den zweiten reiter und da stehen alle informationen die ihr zu einem gerät wissen wollt genau und ansonsten wenn ihr euch für so ein teil entscheidet viel spaß damit gute fahrt allerzeit und bis zum nächsten mal danke dass du hier warst ich suche den ausknopf in der zeit machen wir gegenseitig tschüss